Mit Felix habe ich schon viel gemeinsam. Das Fliegen verbindet uns so ein bisschen, weil ich möchte später Pilot werden. Und der Felix steht ja auch total aufs Fliegen und auf Drohnen und so ein Zeugs halt. Ja und er ist eben mutig und gibt halt nie auf und er ist ehrgeizig.